Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Spider-Man Shattered by a Manship. Jetzt, ja, jetzt willst du mir das immer wieder zeigen, dass ich dir noch 2 Linger rieche. Super. Na ja, mach mal. Ich bin weg! So. War der hier überhaupt noch übrig? Jawohl. Der ist noch übrig. Okay. Ich glaube, ich muss hier wieder ein bisschen kämpfen. Kann das sein. Ja, der ist auf jeden Fall noch übrig, der... Hier. Achso, guck mal, hier sind wieder die hier. Die Mongos. Alles klar. Weg. Okay. Also, kriegen wir ein bisschen aus Fressbrett gar kein Problem. Moment. Das war so eigentlich nicht geplant. Alter. Jetzt, hör doch mal auf, die ganze Zeit hier euch zu blocken. Das ist doch scheiße. So kann man doch gar nicht kämpfen. Oh. Aber boom, getroffen, Junge. Haben wir geil. Weiter geht's ja. Unsichtbar machen könnt ihr euch auch. Das finde ich super toll. Ihr seid schon echt schnuckelische Burschen. So, guck mal hier. Das ist für dich. Was hältst du denn davon? Also, ich finde es super, dass ich dir das einfach so schenke. Da bist du doch bestimmt meiner Meinung. 100%. Alter. Jetzt, geh doch mal kaputt. So. Und dann gehen wir da mal hoch. Am besten schnell, weil uns möchte irgendwas treffen. Wo sind wir jetzt hier? Hallo? Oh, du bist aber ein großes Tier. Oh, ich glaube, ich muss auch gegen euch alle kämpfen. Transport Vortex, open! Alter, kommt schon. Alter, willst du mich verarschen? Das sind eigentliche One-Hits. Oh, aber ich merke gerade, dass die ziemlich mächtig Bada-Boom machen. Bada-Boom, Bada-Bam, Bada-Bam. Weg. Ah, geh mal kaputt. So. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich einfach nur das hier überleben? Ich renne einfach nur im Kreis, reicht schon. Oh, hat sich ein bisschen wie so Katzenjammer hier. Ach, weg da! Wieso? Oh, 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 oh. Darf ich jetzt weiter? Nein, anscheinend nicht. Oh, wie oft? War das der letzte? Nein, war ja gar nicht. Wieso ist das hier in Slow-Mo gewesen? Muss ich hier irgendwas Bestimmtes explodieren lassen? Vielleicht sowas hier? Oder vielleicht hier an der Tür? Guck mal. Nee, irgendwie auch nicht. Hä? Also ich verstehe das hier gerade nicht, was die von mir wollen. Ah, jetzt darf ich weiter. Alles klar. Dankeschön. Los, ich möchte weiter. Danke. Äh, was ist das denn? Ich verstehe. Schau die Wissenschaftler. Schau sie, um die Kraft zu deaktivieren. Geh zu dir. Kein Problem. Ja, ja, ihr könnt nicht mal. Hier. Für dich. Haha. Daneben. Na, wobei daneben ja nicht wirklich. Alter. Ich mach das, äh, 20,50. Ich bin nicht schade. Alter. Okay, Moment. Armarsch. Ich muss die. Ja, genau. Passt schon. Wie mach ich denn die Dinger kaputt hier? Warte mal. Ach so, einfach. Alles klar. Einfach so. Zack. Und zack. Ach so. Ach so, ich dachte, das wäre hier so ein... Aber ist was anderes. Alles klar. So. Da hinten. Okay. Ja, ja. Alles gut. Na? So. Bitteschön. Ach, das kann ich mir noch gar nicht nehmen. Gleich erst. Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Ja, das ist für dich. Das wird ein guter Workout. So. Alter, was ist das denn? Hä? Ausweichen. Ausweichen. Ah, ne. Das ist ja nur so eine komische Bombe. Alter. Ohne Scheiß, ey. Hier sind so viele Lichter am Start, ja. Das ist echt nicht feierlich, meine Freunde. So. Ja, wie viele soll ich denn von denen kaputt machen, ey? Ohne Scheiß. Ich will eigentlich ja über den rüber springen. Das funktioniert aber so nicht. Wie man sieht, Spider-Man hat da immer ein paar andere Ideen zu... Macht ja auch nichts. Mein Gott. Ja. Greif mal ihn bitte an. Schön. Ja, wollen wir es hoffen? Ne, verdammt. Da habe ich jetzt vergessen, dass ich auch rüberspringen sollte. So. Ah. Und kaputt. Hallo? Ah, geht doch. Zack. Hol ich mir natürlich das Ding mit. Wie? Wände gezogen? Was willst du denn mit Wände gezogen? Wenn ich keine Wände ziehen muss, dann meinst du doch nicht kaputt. Was ist denn hier los? So. Wie war doch gerade so ein Auto? Ah ja. Mir egal. Ach. Hammer. Gibt der noch einen? Mensch. Oh, shit. Der hat mich voll erwischt. Alter, ich bin gleich tot. Man soll sowas ja nicht beschreien, aber es ist so. Komm schon. Bevor der Mongo mich trifft, ey. So. So, geht doch. Knapp, 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 knapp. Aber zum Glück konnte ich da noch ausweichen. Und ich glaube... Für dich ist ausgespielt, mein Freund. Komm schon. So. Dann haben wir auch die Nummer 3. Ich hoffe, das reicht jetzt. Um das dir... Ne? Zu öffnen. Ja, da sind doch mal welche. Räu mal nicht rum, ey. So, mach ab. Ach schön. Ach so. Alter. Ja, super, wenn Spider-Man nicht das macht, was ich möchte. Ich glaube, du wirst gleich hier eine bombige Überraschung erleben, mein Freund. Oh, warte mal. Du musst mich schützen. Die sind böse zu mir. Und du bist jetzt mein neuer bester Freund. Okay. So. Was ist weg da? Nee. Komm her. Oh. Ey, zu dem will ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich will irgendwie die Waffe wegnehmen. Oh. Alter. Ich bin schnell in Pister. So. Alter. Alter. Weg da. Uiuiuiuiuiui. So, danke schön, dass du mir dabei helft. Finde ich voll nett und so. Super, klasse. Ihr seid echt bros. So, dich mal schnell kaputt machen. Dann bleibst nämlich nur noch du übrig. Das kommt schon. Jawohl. Ich hoffe, das reicht dir jetzt. Dann können wir nämlich das hier rausziehen. Komm schon. So. Läuft. Jetzt haben wir nämlich... Du brauchst keine Waffe. Und ich denke mal, das sehen andere auch so. Du brauchst die eigentlich auch nicht. Und, äh... Ja, du auch nicht. Äh, Moment. Wer hat denn da gerade auf mich geschossen? Aua. Na, ich glaube, das ist gut so. Oh. Ich weiß, wer auf mich geschossen hat. Fand ich aber... Also, finde ich nicht so geil. Muss ich euch sagen. Also, dass ihr auf mich schießt. Nö, nö. Ziemlich, ziemlich frech das Ganze. Ah, da kann er ja weiter so bleiben. Ist mir ja wurscht. Ich muss ja eh wieder... Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Könnte man mir das vielleicht, äh, mitteilen? Ha. Warte mal, von hier komme ich doch. Ach so. Ah. Nein, ich gebe nicht auf. Aha. Okay. Komm, mach die Tür auf. Oh, gut ist. Alright, kill you. So, was hast du jetzt auf Lager für mich? Für tolle Sachen. Mach auf. Ähm. Hm. Ich bin mir nicht so sicher, was jetzt hier gerade passiert. Kiu, 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 kiu. Na gut, äh, ja. Ja, äh, super. Ich glaube, wir haben hier wieder einen kleinen Bug. Das ist aber eigentlich auch gar nicht weiter schlimm. Denn diese Stelle eignet sich auch wunderbar, um diese Folge zu beenden. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein, Leute.